Herzlich Willkommen bei Ihrer kommunalen Wählervertretung, den Freien Wählern Erbstromtal. Wir möchten Ihnen mit diesem Video kurz einige unserer Ziele aufzeigen. Hallo, mein Name ist Britta Susann Enger. Viele kennen mich als Hebamme oder als Stadträtin. Ich möchte mich erneut in den Stadtrat einbringen und eine positive Entwicklung mitgestalten, da mir das Leben in Rula mit all seinen Facetten sehr wichtig ist. Mein Name ist Hagen Glock aus Thal. Ich habe Gewerbe, Industrie, Tourismus und deren Entwicklung im Blick. Wichtig sind mir proaktive Mitarbeit in allen Themenfeldern und bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen. Mein Name ist Nico Siller. Ich bin 50 Jahre alt und arbeite als Lehrer für Wirtschaft, Recht, Technik und Sport an der Goethe-Schule in Eisenach. Seit 2019 bin ich für die Freien Wähler Erbstromtal Mitglied des Stadtrates Rula. Mir liegen insbesondere die Themen Infrastruktur, Bildung, Kultur und Tourismus am Herzen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das gesamte Erbstromtal ein attraktiver Wohn- und Bildungsstandort bleibt und sich weiterhin positiv entwickelt. Ich bin Tino Block aus Rula. Ich möchte gerne die Bürger des Erbstromtals mit der Einrichtung von Online-Plattformen und einer digitalen Verwaltung von Amtsgängen entlassen. Ebenso engagiere ich mich in den Bereichen Bau und Stadtplanung, inklusive Fördermitteln, sowie Tourismus und Familien- und Bildungsthemen. Das ist Eckhard Steiner aus Rula. Er ist mit vier Kindern ein echter Familienmensch. Eckhard möchte das gesamte Erbstromtal ganzheitlich mit nach vorn bringen. Familienthemen wie Kita-Gebühren, Schulbildung, medizinische Versorgung, Vereine sind ihm besonders wichtig. Weitere Details zu unserem Wahlprogramm finden Sie im Internet unter fw-erbstromtal.de. Wir, die Freien Wähler Erbstromtal, würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Stimmen Sie bitte am 26.05. für den Wahlvorschlag 5, die Freien Wähler Erbstromtal.